Also die Kleinkreise. Hier den kleinen Kopf zwischen Zeigefinger und Daumen, also in das Loch reinlegen, damit er hier locker liegt. Also nicht zu fest, sondern etwas lockerer. Und den Kreis, den kreist man neben dem Körper und neben dem Arm. Also hier. Ich kriege jetzt auch eine Wand neben euch, wer, dürft ihr nicht berühren. Ja, das sieht so aus. Und dabei locker im Finger liegen, also in dieser Kugel hier. Da musst du ja rein. Genauso vorwärts, kann man es auch machen. Das ist ein bisschen schwieriger. Rückwärts ist meistens angenehmer. Auch mit anderen Handlungen. Hier wieder locker. Neben dem Körper. Jetzt geht es um beide Kugeln. Das war so. Nehmen wir parallel. Niemals nacheinander. Rückwärts. Und Vorgang. Rückwärts. Kann man verbinden mit einem Kreis, zum Beispiel. Eins, zwei und Kreis. Eins, zwei und Kreis. Kann man auch mit einem machen. Eins, zwei, Kreis. Eins, zwei, Kreis. Kann man auch nacheinander. Oder mit einer Hand. Und mit klein und groß. HAt минимum. So, wieviel. Passt? So. Ein! Untertitelung des ZDF, 2020